Brauchst du eine Diamantrüstung? Habt ihr die Enderperle? Ja, okay. Ja, die haben jetzt genug. Ich hab hier zu viele Diamanten. Aller Man, ich hab immer die Frage gestellt. Ist deine Ennerkiste immer noch da? Kann ich die auch benutzen? So, warte, da hast du mal was. Ja, sicher. Achso, okay, cool. So, warte kurz. Craft ich noch mal kurz ein bisschen Redstone-Blocke, weil ich es kann. Was brauchst du noch? Ähm, hast du ein paar Dias vielleicht? So. So, jetzt hab ich keine Dias mehr. Will jemand eine Gastrine haben? Für einen Erfolg oder so? Ja, ich brauch deine bitte. Für einen Trank. Okay, dann verbrenne ich die. So. Warte, 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 warte. So, jetzt ist heute aber ein Steak Dias rein. Jetzt gib mir aber auch Äpfel her, Manning. Jetzt gib mir so viele Äpfel oder so. Ich hab dir über ein Steak gegeben, Alter. Ich hab Karotten gemacht. Okay. Das ist der Unterschied zwischen Goldäpfel und Goldkarotten, Alter. Gar nichts. Äh. Also, gar nichts. Ja, die Karotten bringen sich gar nichts. Nur zum Verzaubern. Okay. Ähm. Ja, das stimmt. Also, ich kann mir noch 8 Goldäpfel machen. Ich mach mal ein paar. Goldäpfel. Goldäpfel. Da hast du noch, noch mehr Leben. Aderman, kommst du? Ja, ich geh jetzt grad braun, Alter. Ich hab mehr jetzt genug, aber auf jeden Fall am Start. So, machen wir kurz den hier. So, schön braun. Schön braun. Was bringt sich eigentlich die goldene Karotte, wenn ich die jetzt brauche? Was machst du denn hier, Alter? Ähm. Ein Brauchstrand. Netherwards? Was machst du denn gerade? Machst du Heiltränke, oder was musst du hier gerade herzustellen? Ja, ich mach die. Ich hab ein Netherwards. Ähm. Macht einer noch... Oh, ne Karotte kannst du hier reinmachen und was braun? The fuck? Jaja, da kann man was braun. Aber ich glaub, das sind gute Tränke jetzt. Keine Ahnung, ich glaub, wir haben eine Art schon. Regeneration oder so. Regeneration wäre heftig. Wie viel brauchst du eigentlich für ne Karotte? Brauchst du genau so viel Gold wie für ne Apfel, oder? Weniger. Da brauchst du Gold. Da brauchst Gold. Nachtsicht, Alter. Nachtsicht, Alter. Äh. Einfach Nachtsicht hergestellt, Digga. Das bringt sich gar nicht. Was für ein paar Äpfel? Fertig. Gönn dir einfach, Digga. Gönn dir. Gönn dir Nachtsicht, Digga. Dann siehst du mehr. Ja, Stefan. Brauchst du noch Gold? Äh, nö. Ich brauche auch genug Gold. Das ist ein Bienenstock, ich weiß. Ich hab noch 24 Barben an mir in der Kiste drinnen. Meine NHS. Dann macht ihr, äh... 8 oder 9. Hallo, stell dir ne Farbe. Ja, ich hab schon 7 Stück. Ich brauche die. Ich brauche nicht mehr. So, Leute. Schau mal kurz, wie man Regenerationstränke macht. Erst mal googeln, Alter. Ja, ich glaub sicher. Stefan, unten sind noch Goldkarotten. Ich glaub, Leatherwarzen... Ja, ich hab bei mir in der Kiste auch noch Goldkarotten. So ist es ja nicht. Digga, irgendwer hat mich angeschossen, Alter. Jaja, ich wollte mal gucken, wie viel Damage das macht. Wie viel Leben hast du noch? Wie viel Leben hast du noch? Ja, äh... 9 Herzen. Ja, wow. Das macht fast gar kein Damage, Alter. Fuck. Ja, ich hab eine gute Rüstung, Alter. Ding. Ich glaub, man macht einen Halt. Äh, Stefan. Was hast du für... Bo... Äh, ich hab... Geh doch auf, Stefan, Alter. Ich hab, äh... Warte mal. Flamme 1. Bootsamkeit 1. Und Kraft 4. So wie macht man das. Da ist das gute Bild. Alter, der ist eigentlich schon ganz... Glasbottel. Ähm... Hast du auch eine Armbrust? Äh... Ich hab zwei Armbrust, aber ich verwende die nicht. Ich nehm die nicht mit. Ähm... So kannst du... Die Armbrust kannst du 3 Schuss draufballern. Es gibt da oben nicht. Brauch ich aber nicht. Brauch ich aber nicht. Ja, denn die Ender Dragon ist, glaub ich, der normale Bogen am effektivsten. Die Gasträne braucht man, Alter. Ja, dann töte ein paar Gas, Alter. Was machst du hier grad bei mir, Alter? Ich hab hier eine Gasträne, aber... Hat jemand von euch... Äh... Glasflaschen? Ja, ich hab Glasflaschen. Ich hab noch 21. Ich hab ein GPR, Stefan. Was willst du jetzt mit den Glasflaschen wegnehmen, Digga? Ich muss ein Erfolg aber noch hasseln. Wie wird's neun her? Also ich mach Regenerationstränke. Ja. Piss dich, Alter. Sagst du mir, ob ich was abgeben muss oder nicht, Digga? Was hast du... Glaubst du, wer du bist, Digga? Dass du mir sagen kannst, ob ich was abgeben muss oder nicht, Alter? Bitte, Stefan, Alter. Stefan wird zu 15 Uhr hinterdrachten machen? Nee. Weiß nicht, können wir machen. Wie viel wolltest du neun Stück? Wolltest du haben? So neun Stück oder so. Ja, dann komm her, die tolle Sau, Alter. Gesundheit. Danke. Glaubst du noch was? Gäbs nicht. So, die Sachen haue ich hier rein, die brauche ich ja nicht mitnehmen. Hier hast du neun Flaschen, Digga, du Flasche. Hier, bitteschön. Ja, danke, Alter. Bitte, du Flasche, Alter. Richtiger Feierfest, halt. Allmann, Beleidigung, 3.0. Kannst du mit ruhig sein, danke. Kannst du mit ruhig sein, danke. Oh, die stacken sich nicht, Alter. Was ist das für ne Scheiße, bitte. Ah, die Flasche stacken sich nicht, Alter? Ja, Moin. Nee. Ja, guck, das wär auch zu OP, Alter. Hast du die ganze Zeit irgendwie neun Stück im Momentar oder so. Und auf den Mund trägst du die ganze Zeit, Alter. Jungs, das wär auch OP. Nee. Dann tue sie doch in deinen Energetest rein. Ja, weil die haben mitnehmen für den Drachenkampf. Ja, wir haben so viel Tränke stacken, Alter. Ich weiß nicht, was du mit so viel Tränken willst, Anna-Man, Alter. Du bist so gut equipped, sagst du die ganze Zeit, aber nimmst doch gefühlt so viel Stuff mit, Alter. Digga, ich brauch Tränke, Alter. Digga, du musst dir alles einscheißen, Alter. Die Tränke bringen nur was, wenn wir einen Unterwasser-Tempel machen. Ja. Da bringt er was. Nee, 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 nee. Okay, da ist ein ganz Dirt drin, Alter. Stimmt, das Ding wollte ich auch noch weiterbauen, ne? Fuck, Alter. Die Karotten, die Goldkarotten, die sind von mir, Stefan. Äh, worüber reden wir jetzt gerade? Was ist das Thema? Wie, wo Goldkarotten, wo? Du meinst, die meine Kiste hier unten? Ja, ich weiß. Halt doch schon gesagt. Hat einer von euch Peipel, damit ich ein paar Gold-Eyepfe verkraften kann, weil ich brauch welche, ich hab nämlich gar keine. Was brauchst du? Äpfel, damit ich Gold-Eyepfe verkraften kann. Joa, ich kann dir welche abgeben. Ich hab noch, äh, welche. So, ich hab auch ein bisschen Stuhl, also kann ich noch abgeben. Hä? Kann ich haben, ich will da auch welche. Ja, kannst du ja haben, kannst du ja abholen, komm mal überher. Ich bin hinten bei meiner, in Anführungszeichen, Mühle. Da hinten bin ich auf am Start gerade. Clostone, oder? Ja. Hat jemand von euch Clostone? Ähm, ja, ich glaub schon. Ich glaub, ich hab noch was. Ja, dann können wir verbesserte Regenerationstränke, äh, braun. Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Also, ich will uns jetzt feilen. Ja, mach das. Stefan, spring weiter in der Bude. Hinter bei der Bude, Mühle, Digga, Mühle. Ist einer weiter hinten. Mühle? Achso, der Endertrache, der wird zu weggeklatscht. Achso, du meinst deine komische Lagerding da. Ja, das ist komische Ding, was ich hinten gebaut hab, genau das. Ja, ja. Hm, 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 so. Da ist man unten. Ah, ich bin gleich fertig, mach nur kurz die Ecke hier hinten durch. Okay. So, bist du fertig. Wo, 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 wo bist du? Seht ich's nicht. Ey, da, Höhle da bei dir. Nicht Höhle, Digga. Hinten, Mühle. Ja, was haben, sorry. Mühle, Bruder. Hinter im Haus ist das Ding. Das ist für ein Ding, was ich da hingesetzt hab. Da musst du hin. Meinst du das Lager oder was? Was für ein Lager, Alter? Du sollst einfach hierher kommen, hinter meinem Haus, Junge. Fuck. Sorry. So. Weizenfarbe, Alter, so beschissen, dieses Ding. Meinst du dieses komische Kuppelding? Ja, das sollte mal eine Mühle werden. Das wird auch noch was damit machen. Aber bisher sieht es halt echt beschissen aus. Ich bin halt noch nicht ansatzweise so enthält. Du hörst gerne Mühle oder was? Ja, hab ich doch gerade dreimal gesagt. Hör du mal zu, what the fuck? Ja, ich hab mir zugehört. Ja, dann, wenn du mich zuhörst, dann stell keine Fragen, Alter. What the fuck? Ja, okay. Ja, warum stellst du eine Frage und hörst dann bei der Antwort nichts zu, Alter? Das macht keinen Sinn. Bist du nicht in der Schule, Alter. Wie musst du auch zuhören? Ja. Das heißt jetzt, weißt du was. Ah, ja. Warum sind sie bald, wenn sie rein? Langsam nimmt der Shit hier Gestalt an. Perfekt. Oh Mann, Alter. Bis die Scheiße hier dicht ist, wird es noch eeeewigkeiten dauern. Oh fuck. Na guck mal, ich hab wieder ein bisschen Weizen am Start. Dann kann ich hier ein bisschen wieder was ausfüllen. Allerman, brauchst du immer noch? Ähm. Gott, Klossohn, genau. Ich kann grad nicht auf den Namen. Ja. Ja, ich kann dir was geben. Komm zu meinem Haus, ich kann dir was rauben. Warte kurz. Ein paar Blöcke. Super. Mal schauen, wie das am Ende aussieht. Mal schauen. Warte, ich komm zu dir. Ja. Warte mal. Ah, ich muss jetzt echt die... Ey, hat der Pfeile? So. Das fucked up. Jetzt doppelt hören? Ja, ja, ich weiß was. So. Das ist schön für dich. Ah, ist das schön. Hat der Pfeile von euch? Äh, ich kann welche abgeben, ja. Ich hab aber jetzt ein zu viel. So wie er gefahren ist. Ich kann dir ungefähr einen Stack abgeben. So, weil einen einzigen Pfeil brauch ich selber halt noch. Der Stack kann... Hat irgendjemand einen Unechtlichkeitsbogen? Ja. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, hab ich. Nein. So, du wolltest jetzt Pfeile haben, ne? Ja. Oder du wolltest Pfeil bestimmt haben. Äh, dann droppe ich mir einen Pfeil in meinem Atar. Und dann... Ach, du sollst den Scheiß droppen, Alter. So, hier. Ich brauch drei Klostern, bitte. Wärte ich eine Kuppe denn einen... Einfach nur drei Klostern, Staub oder Blöcke? Was willst du von mir? Staub. Okay, hier. Staub natürlich. Easy. Ich hätt die Farm jetzt nicht. Egal. Ich teile auch Pfeile. Komm mal gar nicht raus, Alter. Ja, ist egal, wenn wir den nicht finden. Ist scheißegal, einfach. Ja, du kommst von der einen Seite raus, dann musst du nicht lang gehen. Ich weiß nicht, wer diese Scheiß-Tür davor platziert hat, Alter. Aber ich bin das nervig. Gehen wir jetzt schon hin, Alter. Der ist schon weit entfernt, das Portal. Weißt du? Ne, ne, ne. Wir gehen jetzt nicht hin. Das ist sauer weit entfernt, Alter. Ja. Ja, wir gehen jetzt aber noch nicht los, Alter. Lass uns noch ein bisschen Vorbereitung machen. Ich mach grad noch mein Fleisch fertig. Digga, welche Vorbereitung, Alter? Ja, wir sind ja gleich fertig. Wir sind gleich fertig, Digga. Ich hab gesagt, ne halbe Stunde Vorbereitung. Wir sind jetzt in fünf Minuten bei der halben Stunde seit dem Anfang, Alter. Dann haben wir ne halbe Stunde ungefähr drinnen. Wie ich gesagt hab, Digga. Halbe Stunde Vorbereitung. Ich brauch einen zweiten Braustand. Was brauchst du einen zweiten Braustand, Alter? Du sitzt doch da jetzt so rum. Ja, weil das ist so lange dort, Alter. Digga, du brauchst das Ding einmal gefühlt danach nicht wieder, Alter. So, ob du dafür jetzt noch einen zweiten machst. Digga, ich... Ich tu ihn mal braun. Was ist mit... Aufschnitt, Leute. Das hat man war schon, Alter. Die Sonne geht unter. Im zweiten hab ich jetzt auch gebraucht. Hier so. So. 1, 2, 3. So, warte mal. Hier hab ich noch genug. Hier hab ich noch... Aha, das auch ich ja. Fix. Zack. Ah, Unendlichkeitsbogen. Einfach Ehre, das Ding. Digga, ich brauch keine Pfeile. Das ist schön. Das ist schön für dich. Warte, jetzt brauch ich irgendwie nur noch Haltbarkeit auf dem Bogen, ne? Sonst geht er nachher ganz schnell kaputt. Fuck, Alter. Ich kann dem eingeben, der hat Haltbarkeit dabei. 2, Schlag 1, Kraft 2. Nee, aber ich brauch ja schon... Warte mal, kann man irgendwie, ähm... Wenn man Haltbarkeit hat, gibt es, glaub ich, kein Reparatur, ne? Das war, glaub ich, so, oder? Kannst du 1 vorbei haben. Nein, wenn du... Nee. Unendlichkeit oder... Dann gibt's keine Reparatur. Oder Reparatur, 1 von beiden. Ach, entweder Unendlichkeit oder Reparatur. Achso, gut, dann hat's jetzt mit Reparatur bei mir eh erledigt, okay. Okay. Das wär, ähm... Der Schildkrötentrank ist OP. Was ist denn der Schildkrötentrank, Alter? Ah, den kenn ich auch, den Trank, ja. Den haben wir schon gehört, aber keine Ahnung, was der macht. Ich stürm' mich kurz, worauf dir das Neta-Portal. Ähm, das Neta-Portal dürfte, glaub ich, bei Anderman sein, ne? Anderman ist bei dir das Neta-Portal noch? Ja, das ist von mir. Ne, wenn du kurz den Stream aufhast, musst du einfach nur gucken hier, ungefähr hier. Und dann hier vorne das Haus und dann einfach runter. Ja, das ist direkt hier in der Stadt einfach. Einfach hier in diesem Haus reingehen, Keller runter und das ist total. Ja, das hat er deckt, ich war auch zu. Haus von Anderman. Ich modierte dich auf dich, du brauchst Geld, alles klar, Digga. Das ist der größte Lapp, den man niemals hat. Der Anderman, ja, definitiv, großer Lapp, ja, ja, sehr großer Lapp, Digga. Big, big Lappen. Lapp, egal, Lappen. Ich bin Embergeil, Alter, und das war's. Was, Digga, alles klar. So brauchst du jetzt Regenerationstränke, Stefan. Ja, Digga, ich hab dir Stuff gegeben, also, ja, kannst du ruhig einen davon abgeben oder zwei. Kannst eine Regeneration haben. Ich krieg halt echt nur einen, Digga. Ja, ich geb den zweiten da. Besser ist, Digga. Soll einen, so, dankeschön. So. So, dann mach ich kurz mein Inventar ready, und dann können wir losgehen, glaub ich, ne? Warte mal, wir müssen noch, glaub ich, auf Flässer steigen, damit wir uns noch ein bisschen einbauen können, ne? Ah, wir brauchen auch, der muss raufschwimmen. Der muss raufschwimmen, was? Ja. Ja, auf diese Säule, Alter. Was denn für eine Säule? Ja, im Endportal gibt's ja so eine Obsidian-Säule. Und da muss, muss einer raufschwimmen, Alter. Warum muss da jemand raufschwimmen, what the fuck? Ja, weil, das ist ja umgehend von Eisengittern, weißt? Dieses, äh, dieser Kristall, weißt? Und das Eisengitter muss man zerstören, um diese Kristall treffen zu können. Achso, ja, bei einem musst du hoch, aber nicht bei allen, Alter. Ne, 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 bei mehreren. Wie viel Goldäpfel habt ihr jetzt? Du musst doch bei allen hoch. Ne, die, die, die meisten kannst du runterschießen, aber so, glaub zwei oder so musst du hochgehen. Ja, zwei oder drei. Okay. So, sag jetzt mal, wie viel Goldäpfel habt ihr? Sieben. Ab, wenn man braucht. Zwei. Ten. Ich hab null. Ja, ich kann auch noch welche abgeben. Also, ich kann noch jeden einen geben. Also, ich geb jedem zwei ab. So. Also, ich brauchst auch noch zwei. Ich hab gar keine. Ja, okay, komm, ich geb dir einen jetzt. Ne, warte mal, lass mich mal geben. Du hast ja ein paar weniger, also ich hab ja sieben Stück, Alter, dann geb ich einfach welche ab. Let's go. So. Hier. Sechs Stück. Was für wenig. Die da hinten. Ich hab auch noch mehr Gold. Ich hab auch noch irgendwie fünf Stück oder so machen, aber ich brauch das nicht. Hat jemand Quarz? Ne. Ich hab äh... Ich hab äh... Ich hab äh... Ich hab... Ich hab... Ich hab vier Stück. Quarz. Hab ich Quarz? Ich hab extrem viel Quarz bei mir. So. So. Ich hab's eigentlich ready to go, ne? Ja, wir können gehen. Let's go. Wartet ihr noch auf Annika? Jo, ich geh schon. Ne. So. Ne, Spaß. So, warte mal, äh... Gott, diese, diese Ecke hier vorne triggert mich. Naja, hast du keine Schaufel, Alter, um das vernünftig zu machen? Aber warte mal, nicht noch nicht, mach nicht. Ne, das 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 mach nicht. Das ist kein Gras. Ne, lass es so. Ja, der eine kann ja noch connecten, ne? Naja, gut, dann connecten. Nein, das triggert mich. Warte mal. Ich muss kurz eine Diamantrüstung craften. Fühlt die da hinten. So. Alles klar, Anaman. Ich hab zu viele Dias gefarmt. Alle Dias? Anaman hat zu viele Dias gefarmt. Du weißt schon, dass ich mehr Dias hab, glaub ich, als du, ne? Also... Ich hab noch vier Stacks. Glaub ich nicht, Anaman. Ja, ja, ja. Ich hab's du für vier Stacks. Ja, okay, gut, Anaman bann, okay. Dankeschön. Ja, bann mich weg einfach. Big Mac bann mich. Wer du pliziert, krieg kein anderer anschauen. Ich darf du plizieren. Ah, hier ist er. Und weg. Ich bin ja einfach ein Ehrenmann. Unser Ehrenmod. So. So, die da hinten, da ist eine Tierrüstung. Sieht gleich besser aus. So. 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 So.